Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alterspiele-Podcasts. Mein Name ist DJ Kaito, ihr schaut auf dem Kanal 4-Standard-Glücks und diese Folge wird gesponsert von meinem Partner OneTime, dem Pulver- und Energydrink für Gamer. Klickt jetzt unten den Link in der Videobeschreibung an, um mehr darüber zu erfahren und euch einen OneTime zu sichern. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die heutige Folge, wie ihr lesen könnt, geht über sogenannte Doppel-Pucks. Das sind Re-Releases von Games, zwei Games in eins, drei Games in eins. Bestes Beispiel dafür, dass die GTA-Triologie, GTA-Fui, Vice City und San Andreas, wer es noch nicht kennt. Aber dann gibt's auch Doppel-Pucks, die sehr exklusiv sind. Sowas wie das Halo-Triple-Pack oder halt, was ich eben gesagt hab, die GTA-Sachen sind weltweit erschienen. Und dann gibt's solche Sachen wie zwei Beispiele, die ich hier habe. Aber diese zwei Beispiele sind Deutschland exklusiv und nirgendwo anders in der Welt erschienen. Vielleicht noch Österreich oder die Schweiz auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum exklusiv. Und zwar ist das einmal Spongebob Schwammkopf Doppel-Pack mit Battle for Bikini Bottom und dem Film, das Spiel. Das ist eine exklusive Sache. So kommt das her. Classic. Und dann einfach Xbox Classics. Wenn ihr das seht, wisst ihr, das Ding kam daraus. So kommen manche Doppel-Pucks daher. Einfach eine normale Xbox-Game-Hülle mit Classic und die zwei Abbildungen vom Cover. Hinten teilt sich das Cover schön auf, was das angeht. Auch die Anleitung sieht halt Doppel-Pack-mäßig aus und enthält beide Anleitungen. Was das dann angeht. Hinten noch ein bisschen Werbung. Und dann gibt es wiederum hochwertigere Doppel-Pucks, die sowohl hier in Deutschland erschienen sind, als auch mit anderen Spielen zusammen in anderen Ländern. Ich habe hier beispielsweise herausgepickt Jade Empire und Fable. Im schönen Pappschieber kommt das daher. Vorderseite, Rückseite. Innen drin haben wir dann Fabius The Lost Chapter und Jade Empire, beides Classics-Version, was das angeht. Zusätzlich, was sehr nice ist, die Cover an sich ohne irgendwelche Logos. Das ist schon wirklich Kunst. So sind dann auch in den UK, in Australien verschiedene Doppel-Pucks erschienen, die dann dort auch nur exklusiv sind. Wir haben hier ein paar, wir haben so zwei, drei bekommen, von denen, ja, ich weiß, dass es davon noch ein weiteres Doppel-Pack gibt mit die Unglaublichen und findet Nemo. Und, ja, das sind so die Xbox-Doppel-Packs. Natürlich gibt es dann noch weitere. Ich habe mal alle bekannten Doppel-Packs euch auch unten in die Beschreibung getan, falls ihr da draußen auch auf der Jagd nach irgendwelchen spezielleren Sachen seid. Äh, das ist schon was spezielleres, was nicht jeder hat. Und manche Doppel-Packs sind auch ziemlich schwer zu finden. Äh, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da was in den Händen halten konnte, was preiswert ist, weil dafür will man heutzutage auf Amazon auch gern mal noch 60 Euro haben. Gut, das war's jetzt von dieser Episode Alte-Spiele-Podcast mit den Doppel-Packs von meiner Seite aus. Mein Name ist DJ Kato, der Alte-Spiele-Podcast wird gesponsert von OneTime. Link zu OneTime unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und hier oben kommt ihr zu zwei weiteren Videos. Auf meiner Fresse könnt ihr den Kanal abonnieren. Bitte lasst ein Like, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und was ihr gesehen habt, für mehr Alte-Spiele-Podcast-Videos oder halt auch Musik-Videos, was auch immer. Und ich bin raus, Hussa! Bumm!